Alles was zählt, Vorschau, Folge 3795 am Freitag 15. Oktober 2021 Maximilian bekommt keinen Vertrauensvorschuss von Laila. Kim will Renate irgendwie stoppen. Laila traut Maximilian nicht über den Weg. Nathalie will ihr die Angst nehmen, was leichter gesagt als getan ist. Als Laila von Maximilian zum Essen eingeladen wird, werden ihre Ängste immer größer. Kim ist es unangenehm, dass Simones Haushälterin bei ihr putzt und sie versucht, diese davon abzuhalten. Doch Renate ist hartnäckig. Neckig.